Wäre natürlich schon schön, wenn wir ganz rauf gehen, wenn wir schon da sind. Dann gehen wir jetzt halt mal Richtung Brücke rauf. Dann steigen wir mal aus. Das sieht lustig aus. Bist du da durchgezogen? Ja, ein Stückchen haben wir schon. Jetzt können wir schon von oben runter schauen auf die anderen. Warte, ich muss meinen Kopf da durchstecken und der Mama wieder ins Foto machen. Warte jetzt mal. Die andere Hand auch? Ich krieg die andere Hand nicht durch. Warte jetzt, ich muss euch das durchfädeln. Genau. So, passt sehr gut. Jetzt haben wir jetzt schon vor. Kopf rein. Weiter vor. Zunge raus. Geränkerfoto. Noch einmal, nicht wachen. Lass mich an. Also so. Ja, das geht schon so. Kopf schon bis weiter rauf. Rauf, rauf. Geh nicht drauf. Das ist ja gar nicht. Super. Okay, jetzt muss er wieder raus irgendwie. Ich helfe da. So. Oh Gott. So, jetzt sind wir glaube ich gleich oben. Jetzt haben wir es gleich. Und da bin ich da. Schaut euch die Brücke an. Halleluja. Puh. Einmal kurz schnaufen. Wer schiebt jetzt einmal in Wasser rüber? Keiner hat mehr noch in Wasser rüber geschoben. Ich bin traurig. Auf der Burg. Einen Huibu. Den werden wir gleich suchen. Den Huibu. Aber er ist richtig schön. Berge. Grün. Die Burg. Mama macht von da drüben ein Foto. So. Schauen wir mal was sie da sieht. Hanenkamm. Wo? Da drüben. Da ist mit den Spitzen. Ich weiß da oben. Das ist der Hanenkamm. Da ist der Hanenkamm Leute. Da habe ich Papa gearbeitet. Hanenkamm. Da ist die Da oben liegt doch ein Schnee, Leute, schaut mal ganz oben. Da sind wir, oha, die ist einfach richtig lang, die ist richtig lang, oh mein Gott, das schwankt, bis zu deppert, oha, oh mein Gott, der Chat mir wird schlecht, ich sag's euch. Wenn ihr das spüren könnt, wie das vibriert, es wackelt einfach extremst, ach du Kacke. Es wackelt richtig schlimm, Leute, ach du meine Güte. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, in der Mitte. Jetzt sind wir, glaube ich, genau in der Mitte, es wackelt richtig wild. Puh, sind da eh keine tausend Leute drauf? Nicht, dass da jetzt irgendein Seil knackst oder so. Oh mein Gott, was machst du? Ah, die Mama macht ein Foto von unten. Sie ist so doof. Echt nicht schlecht. Halleluja. Schon cool, dass man da einfach so was herbaut. Auf der Burg war es noch nicht windig, das ist wahr. Hoffentlich kommt kein Sturm Regen. Hör auf. Oh, wenn die Kamera abstürzt, das wäre bitter. Oh. Boah, jetzt habe ich die Kamera so festgehalten, jetzt habe ich keinen Kram finden. Jetzt habe ich den Selfie Stick so festgehalten. Oh, war schön. Aber jetzt hat es auf jeden Fall abgekühlt. Jetzt hat es abkühlt. Au reขen,. Oh, war schön. Oh. Oh, war schön. Oh, war schön. Das war jetzt noch immer gut zu Tafur. Also Leute, Spannweitenlänge 400m, Höhe 113m. Rennen und Hüpfen ist strengstens verboten. Aha, Chat hat mich schon angestiftet zum Springen und zum Hüpfen und zum Laufen. Ich wünsche euch was, schlaft, schlaft gut, das ist schon voll einprogrammiert. Einen wunderschönen Donnerstag euch noch, genießt es. Und ich sag vielen Dank, ein Küsschen getrost und wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder. Ich werde es euch ankündigen und tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.